Mein Name ist Nils Böhmann. Wir befinden uns auf dem Betrieb Böhmann in Astrup bei Fisbeck. Hier stehen 500 Saunen, 2500 Ferkel und 3000 Mastplätze. Die Colina Flex Anlage betreiben wir hier seit 2017. Wir haben uns für die Colina Flex Anlage entschieden, weil wir einmal die Arbeitsbelastung bei den Mitarbeitern reduzieren wollten und auch die biologische Leistung bei den Saunen steigern wollen. Das haben wir auch geschafft. Wir können jetzt anstatt ca. 30 Ferkel zwischen 32 und 33 Ferkel absetzen. Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter ist auch reduziert worden, da die Anlage jetzt die Ferkel selbstständig mit Milch bzw. Futter versorgt, was vorher alles per Hand gemacht werden musste. Dadurch, dass wir die Ferkel mit der Anlage versorgen können, ist auch unser Absatzgewicht pro Wurf höher gegangen, wodurch wir auch einen einfacheren Start im Fetteckstall haben. Sprich, die Ferkel kommen einfach da besser zugange. Ein weiterer Vorteil unserer Colina Flex Anlage ist, dass wir auch Ferkel ohne Sau im Abfetteckstall versorgen können. Das heißt, die Sau kann schon abgesetzt werden, ins Deckzentrum gestallt werden, wieder besamt werden, den nächsten Wurf machen, während die Ferkel vollautomatisch über die Anlage mit dem Futter unserer Wahl versorgt wird. Ein großer Vorteil durch die Anlage ist, dadurch, dass die Ferkel zugefüttert werden, dass die Sau mehr Fettreserven behält und auch im Vollgewurf mehr Leistung bringen kann. Sprich, sie rauscht besser, setzt mehr Feten an, also mehr Ferkel und hat daraus resultiert einen größeren Wurf. Das ist das, das ist das, was wir sehen, dass die Ferkel vollautomatisch über 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 die Ferkel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017